Moinsen. Ja ja, das ist gut, das ist gut. Achso, oh scheiße, hallo! Wow! Hilfe! Ich renne rein. Oh, ganz nah, ganz nah! Nein, der letzte Schuss von ihr! Ich hab gefuckert. Was macht er denn? Er potet sich einfach mit drauf! Just get out of sight, guys. Wer hat zugelassen, dass der Yoru nimmt? Äh, ich. Shame on you. Hat er deine Flash dabei benutzt? Weiß ich nicht, ich hab zu ihm gewechselt, der stand dann auf dem Punkt und... ...wurde einfach penetriert. ...weiß ich nicht. Wurde einfach, ich hab zu ihm gewechselt. Wurde einfach, ich hab zu ihm gewechselt. Die ist jetzt schmissen. Oh, 1-Tap. Beide dort. Was kommt hier? Wurde, 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 wurde. Der will dich heilen, der will dich heilen. Ich kann den aber nicht peaken. Noch 30 Sekunden, ich heile dich. Danke! Zwei, ne? Ja, das reicht für zwei Kills. Der Cypher kann da nicht weg, das ist nice, man. Letzter Leben der Verbündeter! Warum denn nicht? Der hat so'n großen Hut! Jetzt fällt sie da rein! Bitte nicht! Das wär so geil! Gott, sterb wenigstens, sonst kriegst kein Geld! Rechtsblick! Diesen AFK, das gibt's doch nicht! Disrespektiv! Wie letztlich meine Heilung sein kann! Oh! Geil! Das hatten wir auch noch nie in AFK, durch AFK gewonnen. Aber die waren doch noch dabei, grad eben. Ja, vielleicht Disconnect oder muss schnell aufs Klo? Oder einfach... Da wär jetzt die Frage, warum wir kaufen, weil sie nicht da sein könnte. Aber die war doch noch dabei, grad eben. Aber die werden eh nicht kaufen, die Randoms. Hier, jetzt ist zu spülen. Dann hätten wir gesagt, komm! Ja, mach mal schnell spielen! Dann hätten wir gesagt, komm! Wir haben doch verloren! Gegner bei B gesichtet. Ich scanne voraus! Der ist in den Ellbogen gelaufen. Die ist wieder da! Gut, wir haben nichts zu, haben wir nicht gekauft! Schockpile! Neu qualisiert! Oh, da ist's! Und der bietig ist noch nie! Der smogt sich selber! Kamera irgendwo! Hab ich weggemacht! Hinter uns! Okay! Okay! Ein Gegner üblich! Letzter Unspot! Oh, nicht bei den Randoms! Nicht bei den Randoms! Alright! Piss! Eee! Der hätte fast noch unserer Sage verkackt mit seiner Flash, wär die früher angekommen! Ja, geile Echo! Ja! Richtig geil! Die unterblindet dich. Da lacht er noch. Nein. Oh, der Phoenix hat sogar voll gekauft. Also, ja doch eher voll. Er hat nur Spektro und Rüstung anscheinend gehabt. Wenn er nur 2,5 hat, jetzt. Der hat mir auch schön in den Arsch mitgeschossen. Goll. Das ist schon das zweite Mal, dass ich irgendwie die Arme mit dem Rücken in die laufe. Machst du Wundgrüß? Ja. Sage ist links. So, wenn die Team ist weg. Okay. Oh, shit. Teleporter. Ah, nee. Gegner bei W gesichtet. Oh, no. Doch, Teleporter. Autsch. Nein, das ist ja ein Dach. Ich habe nicht hingeguckt. Der kommt. Der ist close, der ist close, der ist close. Mach immer. 75. Hälfte, die hat Hälfte, die hat Hälfte. Oh, sorry. Aber nice. Die Lineups waren so scheiße. Ich hatte Angst, dass du mich triffst. Aber ich habe nur eine Drohne. Ich sehe nur, du stehst hinter mir, machst Lineups. Ich gehe mit der Drohne los. Oh, nein, da ist ein Dach. Und ich habe nur darauf gewartet, dass die Drohne abdreht, weil ich schade. Dein Lineup-Ding. Sag nochmal. Ob dein Lineup bei der Bombe ankam? Äh, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das ist der zweite. Ich glaube, ich habe auch kein Gift gesehen. Ja, ich weiß nicht, weil es ist ja auch ein bisschen... Bin dann mal weg. Lass mich einfach vorwärts, dann passt das schon. Haben die Echo? Ich bin so. Im Sprung. Hallo. Oh, Mann. Scheiße, ich bin. Oh, er mäßt das viel. Das war geil. Das war geil. Elbogen. Boah, der mit Saito. Oh, bigger kills. So sah. Oh ja. Aber die haben, die hatten Vendals. Ja, die können wieder nicht kaufen. Konnten sie doch gerade kaufen. Oder, ach egal. Brauchst du Chris? Nee. Oder der Random? Der Random sollte, ja. Ja, der Random. Chris. Der macht's auch. Na gut, dann ult ich jetzt nicht. Gut gemacht. Wieso? Ja, weil die ne Eco haben. Du ultest nie! Das stimmt nicht. Das heißt, die haben jetzt aber eh Waffen zum schnell reinpushen. So Run and Gun mäßig. Das ist dann... Du kennst nicht die gute alte Run and Gun Classic. Ja. Close. Der ist nach links. Da ist ne Wande oben. Vorsicht. Lass uns B... Ah! Oh, ich brauch gar keinen Ohr ab. Ah nein, das ist ja gerade gestorben. Die ist rechts. Die ist rechts. Warte. Ich brauch gar keinen Ohr ab. Schockfeier! Ja, ja, ja. Oh, ich brauch gar keinen Ohr ab. Just go B, guys. Please. Wieder B? Ja, geh wieder B. Obwohl, jetzt sind wir hier gerade. Hey, ich kann schnell rüber. Oh shit, pass auf. Oh, nice. Geht an der Zeit. Los, los, los! Okay, wir mal wieder. Platziert. Ein Gegner, wir können... Oh, ja. Jetzt Brinstone hier ne Smoke gemacht, also vielleicht von hinten. Wir sind hier. Den bringe ich um. Mit Waffe hier. Ja, danke. So beautiful. Sej. Deaktiviert. Okay, erstmal teure Fähigkeit verschwinden. Was ist denn das? Sej. Das ist der Teleporter. Ich glaube, der safet. Ich geh da nicht. Ja! Das ist... Ich guck ne Minute dahin! Und in dem Moment, wo ich mit dem Messer loslaufe, piekt der! Ja! Ich hasse! Wenn sie nassichtig mit ihnen sind, werden sie es nie lernen. Das war verlassen. Weißt du, die Sales späht da die ganze Zeit rein. Der Chris spielt da an den Wänden rum. Und ich krieg's ab! Ja, das war so ein Griff. Ja, okay. Dann du... Ich hasse mein Ding. Der kann für dich kaufen, sagt er. Haltet sie unten. Ich brauche Beute. Danke. Danke. Ja, dann lasst mich mal Leben drauf, dann ult ich uns. Oh, da stand einer. Get down, Mr. President. Ich mach den. Ich mach den. Ich hab dich, Mr. President. Ich hab dich. Oh Gott, ich ziehe nichts mehr hier. Ich auch nicht. Ich bleib immer bei dir drin, hier. Ich geh oben drauf. Das ist die Meter. Ja. Neutralisiert. Ein Gegner übrig. Hab ihn. Alle. Ne, hab ihn. Also. Das ist richtig geil, wenn man oben drauf ist. Oh mein Gott, unten. Oh Gott. Nice, Chris. Ah! Mein Köcher ist nie voll. Da war ja ich bohne Leiche vor Badezimmer. Ich geh operatet. Ich brauche Leute. Er hat sich beim ersten Mal gar nicht getraut zu pushen, wo er uns geflasht hat, weil er glaube ich vor meinem Schockfall Schaden genommen hat. Äh, der hat mich getroffen. Oh. Also. Das hat ihn nicht verschreckt. Das hat mich verschreckt. Oh. Oh. Wenn der jetzt nochmal so flasht, dann habe ich eine Odin. Jetzt musst du mich beschützen. Ich habe Old. Jetzt bist du, jetzt bin ich President. Ja. Ja, wenn der da nochmal piekt, durch Odin. Decke Gebiet auf. Oh, crazy. Seife irgendwo. Oh, nee. Elbogen wahrscheinlich wieder. Oh, what? Das ist nur noch Hälfte. Da, Gegner weiß, dass wir hier. Ich weiß genau, wo ihr seid. Ich weiß so gut, Hogey. Oh mein Gott. Ich weiß dich. Tja, geht euch jetzt Teleporter oder nicht? Dein Mate geht A. Oder Spawn. Dein Mate deckt Spawn. Dude. Ich will es auf. Ich kann nicht, glaube ich. Nee. Achtung, äh, kurz. Markier mal gleich die Bombe, falls ich überlebe. Ja. Versuche es. Markier mal. Er ist wirklich low. Er ist wirklich low. Ich will. Beide Lamps. Das war der mit Docker Rater. Ich komme nicht dazu, die Ult einzusetzen. Nein. Oh, okay. Wo ist es meine Pistole? Ich habe wieder ein Teleporter geschmissen. Und Sie können durchbrechen. Und Sie wollen eigentlich einen Job, das geht. Kann mir das jemand kaufen? Was geht denn, Hure? Danke sehr. Danke sehr. Danke. Love over hate. Stand da. Schnelle Beine, schnelle Schüsse. Nein. Yep. Ich scanne voraus. Den Winkel noch nicht raus. Das ist nichts close. Oh, da ist aber was close. Nein. Ist ein Heilbogen wieder gelaufen. Backside, Brim. Brim ist backside. Brim ist backside. Oh, die Eisbogen. Oh, die Eisbogen. Der ist da on spot. Brim ist on spot. Brim ist on spot. Nein, du Fotze, Mann. Man, super. Das gibt es nicht. Ich denke, ich danke. Die Sages, ne, irgendjemand ist oben drin. Und der Cypher war Elbogen. Der war Elbogen zuletzt. Achso, ich dachte, hä? Der fliegst du gerade? Nee, wir haben es nicht geplantet bekommen. Ich wurde geherstetet. Warum er der Wöhm so lange überlebt hat, ne? Es waren drei von uns on spot. Einer hat schon geplantet. Und er steht da, glaube ich, im Container. Aber gut, da war auch eine Wand irgendwie mitten auf dem Boden. Ja, das sah ganz komisch aus, der Spot. Ja. Du konntest auch nicht viel schauen. Das war die Sage. Die könnten B einfach nicht verteidigen, ne? Ah, die Sage war das, okay. Das ist jetzt schon... Wie oft sind wir jetzt B gegangen? Die müssen doch langsam mal mehr auf B hinstellen. Wand. What? Hat er jetzt ernsthaft Teleporter für drei Meter genutzt? Ja. Oh, shit. Oh, shit. Ganz in der Ecke. Oh, die hat er unten. You can go, ey. Na, er kennt. Wie you can. What? Ich hab doch Fashes. Wo ist die Kamera, dass sie mich in der Smog getroffen hat? Zeit für einen Sprung. Ich scanne voraus. Die ist oben auf dem Dach. Äh, oben rechts. Äh, links. Sorry. Noch 30 Sekunden. Ein Gegner übrig. Du hast gut gekettet. Alter. Kommt hier bis zum Hinblick. Muss auch am B sein, ne? Ja. Mauer errichtet. Mauer errichtet. Checkshot. Bitte komm nicht in der Sekunde. Bereite Portal vor. Ich scanne voraus. Der ist nicht im Spawn. Der ist nicht im Spawn. Ich denke, er ist saved. Der muss auf B vielleicht noch sein oder bei uns ist es vorne. Sein Ernst. Was hat der denn da rumgeprimmelt, dass der gestorben ist? Afka. Ne, der hat noch die Bombe beschützt. Vielleicht war er ja... Ja, stimmt. Also hätte er irgendwie so Ninja-Badezimmer so, hätte es geschafft. Weil... Der Juro hat einen Teleporter, okay. Den hätte er ja... Das stimmt, auch wiederum. ...teleporter. Ich meine, auch wenn wir hart führen, ich bin immer gegen Reihen. Und dabei ist es nahe Defense Map. Seid ihr, man spielt Bingo, dann ist es Troon. Dann müssen wir in den Messer killen. Gegner bei A. Decke Gebiet auf. Schon wieder daneben. Ist das eine Operator? Ja, Ellbogen. Nein, diese Scheiße hier. Gott, die guckt da. Oh mein Gott, war mal. Da war eine. Holy shit. Anders hinter uns. Damit hat er jetzt nicht gerechnet. Nice. Noch einer loggen! Really? Das erste Mal, dass ich sehe, dass es fast leer ist. Diese Amateure sollten sich in Achtung haben können. Ich muss sie offensiv einsetzen, verteidigen, bringt nichts, weil sie es nicht zum Bombe schaffen. I know that feeling. Dann lebt sich die ganze Zeit auf und dann setzt man sie nie ein. Ich kann sie aber auch nie offensiv einsetzen, ich bin zu doof dafür. So, jetzt geht's los. Müsstest du nicht voll leicht hier, äh, Dings, den Gang da machen können? Wir? Isolieren und auslöschen. Nee, wenn wir jetzt hier A lang, äh, B lang gehen, dann kannst du doch da hinten rein audieren. Noch Fenster. Ich bin der Jäger. Da ist nie jemand. Oh. Ich hab ihn getroffen! Da ist einer. Wo? Oh ja, Brim ist anzuguckst. Klappe zu, Klappe tot! Toxine treten aus! Ich stehle voraus! Der hat mich getroffen! Ich hab ihn dabei gesichtet! Bleibt geduckt, dann seh ich auch was! Danke! Schwach! Einer ist hier close. Toxine schirm, inner tief! Wir können auch A gehen. Hier! Jo. Wir gehen, weiter! Ich stehle! Toxine treten aus! Ich stehle! Er ist ohne Flash rein! Ciao! Go! Selfie! Oh, cool! Das ist so, wir müssen jetzt finden. Das ist so, das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Shit! Hm. Komm mal, auch da rein. Hallo. Willkommen. Ey, die Sage ist jetzt hier hochgegangen. Das ist ja noch geil. Wird da oben stehen. Fließe. Fuck. Über Spawn kommt auch jemand. Kommt einer zu mir? Hier komme ich... 158, leck mich am Arsch. Vier Gegner und keiner ist gekommen. Ist das richtig? Letzte Runde vor dem Wechsel. Wir können danach nicht mehr mitnehmen. Geht aufs Ganze. Nein. Mist. Trägt noch jemand Jolt, wenn er plantet? Die Geese. Hallo. Oh. Aber will er planten? Als du willst, kann er aber eher pushen. Das ist doch viel besser. Er macht erst alle tot und dann plantet er. Ja, dann hat er aber auch die Ult, wenn er alle tot macht. Danke. Ich möchte ihm die Ult Kugel. Der wird jetzt bestimmt die Operator hier sein. Also Vorsicht. Oh, Nevermind, ist abgesmockt. Würdest du nicht dein Spot voll machen? Ist doch keiner hier. Hey! Ich bin echt angepisst! Die sind kaum B, also das ist rüber, oder? Ja. Bin dann mal weg! What? Das war ein A, glaube ich. Denn da fängst du... Ey, ey, ey. Ey, ey. Ja, guck mal, die sind alle rüber. Vielen lieben Dank. Ja, die kommen nicht. Du kommst nicht an mir vorbei, wenn ich dich body blocke. Jetzt wird... Gebrutzelt! Ah, da kommt Badezimmer. Erbärmlich erzult. Toxinschirm inaktiv. Geil, Ares. Oh! Spawn 2. Wie kann man das? Ist das dumm? Kommt die auf den Spot? Oh, da ist er. Ist mein Gift auf dem Spot? Kann man jemand kommen? Ja. 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 Oh, ich treff das Kabel. Das war Hank. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Mann, wenn ich mal weg auf die Minimap gucke. Ist einfach so... Hey, Seitenwechsel! Wir sind hier noch nicht fertig! Chris, du kannst hier durch den Teleporter deine Wand machen, dann kannst du B und A mitte smoken. Ja. Alles klar. Also irgendwie hier so, ich weiß nicht den genauen Winkel. Oder geht das jetzt? Ja, ja, kannst jetzt schon. Kannst immer. Aber du hättest auch noch... Aber jetzt hast du Noobie, ne? Du hättest auch hier noch machen können. Aber kannst du hier ne Giftwolke machen oder hast du kein Geld dafür? Ich hab kein Geld mehr. Schade. Aber ja, ne. Es ist Noob. Es geht anders. Decke, Gebiet auf. Kannst du anmachen? Kannst du anmachen? Weil sind die... 130. Drei Stück hier. Jetzt meine Mann frisst. Kommen! Einer ist schon hinter Kisten. Das war der. Der Rest müsste bei dir noch sein, Gas. Wir haben einen Spike. Spike in A. Ich heiße... Spike ist bei A. Rausage, mein Geld. Lade nach! Ich hab irgendwann ne Cypher-Kamera gehört. Also der ist auf jeden Fall noch irgendwo. One, one Beth. On-Spot einer? Ne, immer noch Wartezimmer. Haben die die Bombe? Nö. Aber du gehst grad auch von der Bombe weg, Chris, ne? Ja, wenn, dann snacken sie die und gehen durch den Teleporter. Dann werde ich hier lauern. Die Bombe liegt immer noch da. Noch 30 Sekunden. Sie verlieren durch Time-Out. Wenn sie aber rotieren, dann kriegen sie dich in den Rücken, ne? Tun sie nicht. Ja, mitzahmen sie die Bombe. Aber wir haben auch keine Zeit mehr. Jetzt kommen sie aber. Esser! Oh, nicht du, Chris! Nelly, ich hab nicht gemacht. Wow, was ein antiklimatisches Finale. Ein Gegner übrig. Ach, warte mal, das war's noch gar nicht. Ein für allemal. Ja, das ist wirklich AFK. Wird cool. Immerhin. In dem Video, was nicht veröffentlicht wird, warum wir gesquashed und jetzt haben wir gesquashed. Oh, ja. Wie es ist. So putzig, das Bild. Ja, okay, Chibi. Wo ist das? Ich glaub, schon so mittig bei 20, glaub ich, oder so. Ich glaub, schon so mittig bei 20, glaub ich, oder so.